Also ich bin sehr stolz, sehr stolz auf das Unternehmen, auf die Mitarbeiterinnen, die den Erfolg sehr wesentlich mitgetragen haben. Wir werden das Exzellenz-Thema weiter vorantreiben. Es war eine sehr inspirierende Veranstaltung, wo wir gemeinsam gemerkt haben, dass wir einfach weitergehen wollen und einfach auch die nächsten Schritte setzen wollen und in dem weiteren Austausch mit Quality Austria bleiben wollen. Der Umstieg auf die digitale Beratung in unseren Beratungsangeboten, das ist uns gelungen innerhalb von wenigen Tagen agil zu reagieren. Und Probleme zu meistern. Es ist nicht nur in der Corona-Krise hat sich das gezeigt, sondern einfach über viele, viele Jahre durch eine stabile Organisation, eine stabile Organisationskultur, Struktur und Prozesse und einfach auch einen guten Spirit in der Organisation, der uns einfach gemeinsam weiter treibt in die Zukunft. Wir werden hier dringend ausgehen. Das ist nicht nur ein dawnes Mal. Ich habe mir gerade nach der Druck vorgenommen. Wir werden hier dringend ausgehen, Vielen Dank.